Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zu der Mengenlehre und den Mengenoperationen. Heute nochmal ganz kurz erstmal mit dem Reminder, wie das Ganze aufgebaut ist, was ihr das letzte Video nicht gesehen habt. Also, wir arbeiten mit zwei Mengen, die können wir in gewisser Weise, naja, miteinander kombinieren und wir schauen uns vor allem die mathematische Schreibweise dazu an, um da so ein bisschen reinzukommen. Wir haben einmal hier die Menge A, das ist die grünliche Menge hier und die Menge B, das ist die bläuliche Menge hier. Und beide Mengen kann man natürlich miteinander verknüpfen. Wir haben hier ein paar Elemente als Beispielelemente reingemacht, aber wie gesagt, das ist natürlich alles nur beispielhaft. Das sind in unserem Fall die Elemente 1, 2, 3, die nur in der grünen Menge drin sind, die Elemente 6, 7, 8, die nur in der blauen Menge drin sind und die Elemente 4 und 5, die sowohl in der grünen als auch in der blauen Menge drin sind. Und jetzt haben wir uns letztes Mal schon mit dem Durchschnitt beschäftigt, der so definiert ist, ist also quasi nur das Mittelteil. Heute geht es um die Mengen Vereinigung und technisch gesehen ist die auch ein kleines bisschen einfacher. Wow, der Effekt war gar nicht geplant. Tatsächlich ist die eigentlich ein bisschen einfacher sogar zu verstehen. Und sieht aber wie folgend aus. Also wir haben hier quasi so ein U, nur ohne den Strich unten. Im Endeffekt ist das quasi das umgedrehte Durchschnittssymbol. Also es ist quasi ein Eimer, kann man sagen. Und in diesen Eimer, ja, diesen runden Eimer hier, da kippe ich einfach alle Elemente rein, die in einer von beiden Mengen, egal in welcher oder vielleicht auch in beiden, drin sind. Das ist so die logische Definition dahinter. Wenn ich die Zahlen reingebe, sieht das Ganze so aus. Das heißt, die komplette grüne Einheitsfläche hier ist nun eigentlich eine Sache. Das ist das, was wir neu definieren. Das heißt, die Elemente 1, 2, 3, 4, 5, die davor in der A-Menge, in der grünen Menge drin waren, sind in der Vereinigungsmenge drin. Und die Elemente 4, 5, 6, 7, 8 sind ebenfalls in der Vereinigungsmenge drin. Eine wichtige Sache hier allerdings. Die Elemente 4 und 5 sind nicht doppelt in dieser Vereinigungsmenge drin. Sie sind nach wie vor einmal drin. Denn eine Vereinigungsmenge oder eine Menge generell kann keine Elemente doppelt beinhalten. Es sei denn, sie unterscheiden sich irgendwie. Das heißt, das Element 4 und das Element 5 sind nach wie vor nur einmal drin. So, die formale Definition von Vereinigung sehen wir hier drüben. Und ich gehe die mal wieder mal sehr, sehr ausführlich mit euch durch. Bitte verzeiht mir, wenn das für manche vielleicht zu langsam ist. Ich möchte wirklich, dass das alle mitnehmen können. Weil das ist wahnsinnig erstmal schwer, da reinzukommen in diese Schreibweise. Aber am Ende auch sehr, sehr wichtig, dass man die verinnerlicht. Okay, also wir schreiben A vereinigt B. Das heißt A, dieses U ohne den Strich unten, B. Das ist definiert, dass es dieses Doppelpunkt ist gleich, definiert als eine neue Menge. Und zwar die Menge, deswegen diese Klammern hier, die Menge aller X, für die folgendes gilt. Der Doppelpunkt heißt, für die folgendes gilt. Und zwar entweder ist das X in A drin oder es ist in B drin oder es ist in beiden drin. Okay, das hier ist das nicht exklusive Oder. Das ist das logische Oder, das ihr vielleicht aus meiner formalen Logikreihe schon kennt. Müsst ihr aber an der Stelle nicht. Die Reihen überschneiden sich ein kleines bisschen. Das sind beides Mathematikreihen. Deswegen, ja, es ist nicht nötig, dass ihr sie vorher gesehen habt. Die geht auch deutlich tiefer in das ganze Thema rein. Okay, das heißt, das hier ist das logische Oder. Und das bedeutet, es ist in A oder in B oder in beiden drin. Ja, es muss nicht nur in einer drin sein. Es darf auch ruhig in beiden drin sein. So, das heißt, im Gegensatz zu der Menge hier oben, hier ist eigentlich nur das einzige unterschiedliche Zeichen, ist dieses Dächle hier. Hier oben war es ein Dächle, hier unten ist es so ein kleines V. Und ihr seht auch so ein kleines bisschen die Ähnlichkeit zu dieser Schreibweise hier drüben. Aus dem mathematischen Und-Dach wird dieses n. Aus dem mathematischen oder V kann man quasi sagen, es sieht aus wie ein V, es ist kein V, es ist ein eigenes Zeichen, wird dieses u-ähnliche Konstrukt. Das heißt, auch hier kann man sich wieder so vorstellen, ich kann einfach beide Mengen reingeben. Hier, ich kann einfach beide Dinge hier reingeben, aus denen ich diese Elemente nehme. So, und was das genau bedeutet ist, wenn ein X in A drin ist, ja, dann muss ich mir den Rest gar nicht hier angucken, dann fällt das sofort in meine Vereinigungsmenge hier rein, die ich hier drin definiert habe. Wenn es nicht in A drin ist, dann gucke ich mal hier hinten nach, weil es reicht, wenn eine dieser beiden Bedingungen wahr ist, damit wir eine große und ganze Menge draus bauen. Das heißt, wenn das Element in B drin ist, ja, dann packe ich es auch in die Vereinigungsmenge rein. Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, ich definiere mir hier eine neue Menge. Ich definiere quasi eine neue Variable, ein neues Ding sozusagen, mit dem kann ich dann weiter arbeiten. Und es reicht völlig aus, wenn es in A drin ist, das wäre die erste Variante, aber es kann genauso gut auch in B drin sein. Und ein Computer würde jetzt tatsächlich beim Ausrechnen hergehen und einfach nur hier vorne überprüfen, Ja, ist denn X in meinem A drin? Falls ja, bin ich schon fertig, dann packe ich das direkt hier rein. Falls nicht, dann gucke ich mir das Ding hier hinten an und werte das aus. Und wenn das hier hinten Ja ergibt, also wenn mein Element in B drin ist, ja, dann stecke ich es auch in diese Menge hier rein. Okay, das heißt eigentlich relativ einfach zu verstehen. Ihr müsst nur diese mathematische Schreibweise hier verinnerlichen. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz, weil so kompliziert ist es eigentlich nicht. A vereinigt B ist definiert als eine neue Menge, das sind diese beiden Klammern hier. Und in dieser neuen Menge sind alle X drin, für die gilt, das ist der Doppelpunkt, X ist Element von A oder X ist Element von B. Wie gesagt, kein exklusives Oder. Gut, das war es eigentlich auch schon. Wir schauen uns, wenn wir alle vier Operationen angeguckt haben, die Implementierung in Python an, damit ich die Leute, die keinen Python können, nicht hier komplett verliere. Und ja, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.